Felix, du bist dran mit Ansage. Achso, okay. Hallo, herzlich willkommen bei den Reifels und wir spielen jetzt hier mit der Farmas und dem Galil. Und der Tauben ist auch wieder dabei. That's right, ich mache eine Echo. Kinder, das Echo. Ich habe letztens schon Leute in Matchmaking getrollt, wenn die gesagt haben, du Echo, dann habe ich mir das Galil Echo gekauft. Das fanden die nicht so witzig. Ich habe es auch nur in einem Game gemacht. Die so, you noob, you noob, why you boy? Ja, da wir erstmal ja immer anfangen ohne Kevlar, bedeutet ohne Helm vor allem, das ist ja der entscheidende. Go, 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 we must move. Sind die One-Hit-Headshots die Waffen? Ja, also man kann noch tappen. Das ist das Beispiel. Ähm, ups, man muss natürlich auch treffen können. Ähm, darf ich mal gerade den Spray-Pattern ausprobieren? Nein. Nein, okay, dann zeige ich den Leuten halt... Erstmal, wie viel Schaden, also das macht eigentlich gut Damage, ja. Ist kein One-Hit-Headshot mit Armor, aber es macht nichts. Rückstoßkontrolle ist eigentlich sogar besser als die AK. Präzise Reichweite ist auch in Ordnung, Mobilität, naja, Rüstungsdurchschlag hoch. Bedeutet, das ist eine gute Waffe, kostet 2000, macht 300 Kill-Reward. Und jetzt möchte ich gerade mal das Pattern abchecken. Ja, okay, und wenn ihr jetzt mal einen Gun macht... Okay, ihr seht, für Gewehre zählt das nicht. Für Gewehre muss man immer noch stillstehen. Und man muss auch noch sich auf seinen Recoil berufen, ja. Und wieder die Spray-Pattern machen. Also so, dass er schön in einem Spot landet. Okay, und dann werden wir mal ganz schnell restarten. Bullshit. Das war echt. Das war was Neues, dass ich nicht den First Frack hab. Äh, irgendwie hast du die letzten Folgen alle bei dem ersten Kill. Dass ich den nicht hab, hab ich gesagt. Achso. Du hast zwar den Elten, aber du hast dann einfach den Haus hoch. Viel mehr wie wir. Da bin ich an Tauben vorbeigelaufen. Irgendwie minimiert, keine Ahnung wie. Ich bin noch da, ja, klar. Ja! Klo-Camper, ja? Klo-Camper, komm da raus. Komm doch rein. Das ist schon erbärmlich, dass du mich nicht triffst. Ja, ich lege gerade. Achso, das war gar nicht Felix, okay. Dann nehm ich das natürlich ein bisschen zurück. Ich war auf der anderen Seite. Hm, kommt doch nicht. Ah, jetzt. Ach ja, kommt von hinten, ne. Aha. Wisst ihr, was witzig ist? Ihr seid nur einen Kill hinter mir. Lol, das war kein Headshot. Ich hab grad wiedergeleckt. Irgendwie war meine Maus da. Ja, Tauben, du bist am laggen. Lol, Felix, was hast du gerade bitte für ne Ping? Keine Ahnung. Was hab ich bitte für ne Ping? Du hast ne bessere als Felix, das find ich grad ein bisschen witzig. Felix, was lädst du jetzt schon wieder runter, hm? Eben. Gar nix. Gar nix. Ja, was weiß ich. Keine Ahnung. Irgendwas bringt dein Internet zum laggen. Deine Stimme lag bei mir. Nicht zweimal gucken. Ach, shit. Kommt schon, streng dich mal was an. Ja, sicher, da war ich die ganze Zeit, ja? Do them one taps. Galil ist so geil. Ist ne echt gute Waffe, falls man sich nicht die AK leisten kann. Two-Hit-Headshot zwar, aber im Prinzip ist die fast wie das M4. Die ist nur nicht so genau. Was ist denn los? Ich bin so am rumcreepen. Ich mach jetzt den Crouchwalk. Crouchwalk. Crouchwalking. 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 Jetzt kann ich mich ja gar nicht mehr bewegen. Ey, da ist Felix. Lass mir das. Ja, vor allem, weil ich so übereingeschränktes M4. Ach ja, SpawnProtectionUser. Mieser. Aber nicht mehr absichtlich. SpawnProtectionUser. Ich war gerade erst gespawnt, Junge. Ich bin gerade erst gespawnt, Junge. Ich bin auf den Sack. Torben, ich hatte noch 10 HP. Ich fände mir genau auf die Fresse. Alter. Das ist so krank. Yo, Torben, läuft. Was witziger ist, mein Aim ist richtig scheiße eigentlich. Ups. Mein Legs auch. Ja. Ich glaube, Torbens Aim ist sogar besser als das von mir. Der hat nämlich immer höhere Headshotquoten. Aber das könnte auch daran liegen, dass er mich nicht killen kann, wenn er keinen Headshot macht. Weil ich ihn dann kille, weil er zu viele Legs hat. Es könnte... Ja, das steigert tatsächlich vermutlich die Headshotquote, wenn du Legs hast. Du machst dann zwar weniger Kills, aber mit mehr Headshotquote. Du machst halt keine andere Wahl. Ich würde gerne mal meine Headshotquote sehen. Kann man das sehen. Kann man das sehen. Kann man nicht sehen. Ach ja, 87. Komm. Ich hätte gerne ein paar Mowdowns. Weg. Genau so. Oh shit. Was man halt mit den... Huch. Was soll das denn, Torben? Was man halt mit den Gewehren nicht machen darf, ist wie doof rumrennen und immer während des Rennens schießen. So. Ja. Wie ihr gesehen habt ja, mein Spray Control ist auch ziemlich kacke. Vor allem beim Galil, weil ich das nicht so oft spüle. Man kann halt nicht so geilen Scheiß wie mit den MPs machen. Die sind nicht so akkurat, während man sich bewegt und so. Äh? Dummy? Warum hast du... Ich zähl ein paar Kills runter. Ich will ein paar Nova Kills machen. Ist grad witzig. Äh, ist nicht witzig. Zwei Kills. Zwei Kills weg. Oh. Okay. Bleib bei zweien. Jetzt die Nova auch vorbei. Opsala. Da ist noch einer. Okay. Äh. Ihr seid aber näher dran als sonst. Wie ein kleiner Pool. Da ist schon wieder eine Shotgun. Aber... Ich will ja nicht die Autoschrotze benutzen. Äh. Scheiße. Wolltest du schon wieder in den Klo gehen? Nein. Ich wollte dich da rausholen. Ich hatte dich so lange nicht mehr gesehen, dass ich dachte, du wärst vielleicht da. Ich weiß nicht. Du willst nicht die Autoschrotze benutzen. Er ist auf deiner Seite. Ja, ich hab ihn gesehen. Ich bin hinter dir genau. Er geht jetzt in den Klo wahrscheinlich. Stimmt überhaupt nicht. Oh shit. Da hätt ich mein Messer draußen. Mir in die Arme laufen. Okay. Finde ich gut. Oh. Leute. Oh. Ich hab das Viertel von Dominic gehört. Jaja. Er sitzt da vorne. Ich hab dich ohne Dominic gehört gehabt. In dem Moment hat er recht gemacht. Ich kann. Ah shit. Felix. Ähm. Apropos. Das ist ja eine Geburtstagslehne. Wie. Äh. Was ist mit meiner Idee von einem Mauspad? Vielleicht könnte man ein neues gebrauchen. Hab ich grad. Was für einen? Ja. Keine Ahnung. Vielleicht dieses. Was weiß ich. So ein Gamer. Vielleicht ist es von oben gespielt. Keine Ahnung. Könnt euch ja da zusammen tun. Zusammenlegen oder so. Fällt dir aber wieder mal sehr früh ein. Hey. Das hab ich dir schon über früh gesagt. Ich wollte dich nur wieder daran erinnern. Das hab ich dir schon mal gesagt. Nein. Doch. Ich hab dich dran erinnern. Null. Aber pass auf. Wenn du das bestellst. Dann ist das doch am Montag. Kommt das doch an über Amazon. Nein. Und am Dienstag ist man da. Alarm. Ja doch. Max hat Donnerstag. Also am Mittwoch Sachen bestellt. Und die kommen am Montag. Hat der Amazon Prime? Ich glaube nicht. Sein Vater hat das bestellt. Und ich denke mal der hat keinen Prime. Ich hab auch keinen Prime. Aber meine Mutter hat das Prime. Wo? Er muss das halt über deine Mutter bestellen. Ich hab das kein Wort. Kein Ding. Es war überhaupt kein Luck-Header. Torben. Gerade beim Jumpen. Oh ich will so gerne zum Scout kommen. Überhaupt nicht. Nee. Aber ich glaube das ungespult Ding wird nicht bei... Dingens verkauft. Bei Amazon. Nicht? Okay. Ja keine Ahnung. Kann auch irgendein anderes sein. Ist mir im Prinzip egal. Oh wir haben vergessen. Also die Frage ist ob das ungespult Ding wirklich dir... Du hast was bei dir Sinn macht. Das ist ja ziemlich groß. Ja ich brauch auch ein großes. Warte ich kann's dir gleich sagen. Okay egal. Aber das war's schon wieder von dieser Folge. Heute lassen wir die Folge beenden. Exakt. Ja genau. Wir sehen uns in der nächsten... Ursula exakt. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dann. Tschüss. Tschüss.